jo leute was geht ab und herzlich willkommen bei einem weiteren video auf meinem kanal ich bin euer stormtrooper ja heute kommen wir zu der gewinnspielerauflösung von der usps in minimalware und zu der skat und die statrack karriere bezelskart ich habe das ganze schon mal aufgenommen die aufnahme hat nicht klappt ich hatte einen schwarzen bildschirm deswegen tut es mir leid für die leute die da gewonnen hatten nichts setzt als hat jetzt jeder die chance noch mal zu gewinnen ist ärgerlich gelaufen ist jetzt auch hier video wurde schon mal ausgewählt hat nichts damit zu tun dass jetzt irgendwie bevorzugt wird es ist einfach ob es hat das komplette bild schwarz aufgenommen wir pecken jetzt von der sk 20 müsste doch das video gewesen ja den gewinner und der gewinner ist apple app gut like have fun hier ist das trade offer heißt apple app ferne kenne ich glaube ich sogar gleich mal schauen angebot machen battles card ja den kenne ich auch schon lang den kenne ich schon seit grad schauen wie lange ich ihn schon kennen seit dem 30 mai herzlichen glückwunsch dazu gerade noch bestätigen angebot senden und damit ist der trader aus also bestätig dass wir noch eine kiste im smurf account so herzlichen glückwunsch jetzt ziehen wir die usps die ist leider nicht handelbar erst ab morgen da ich mir die auf dem markt gekauft hat wenn ihnen kunst dicke hat ich meine sogar die flotte auch nicht so schlecht gewesen 0,1 das ist okay hat mir einfach besser gefallen als die andere und ich will euch etwas schönes schenken mit dem astrales dicker davon der gewinner ist ups eins zu weit comments loaded und der gewinner ist ja mal werde ich jetzt oh techo lol na gz techo er ist in unserem academy team unterwegs brauche ich nicht mehr hätten den habe ich schon den habe ich jetzt schon ein bisschen länger der kriegt auf jeden fall die usps ja mal du alter lacke ein ist das das ist das lucky er hat schon ein full red inventory und bekommt jetzt noch die passende usps dazu herzlichen glückwunsch du wirst dich freuen werde ich dann im nächsten video zeigen dass er sie bekommen hat auch die m4 cyrix aber ich glaube er spielt einfach die p2000 aber er hat jetzt noch ein usps skin so cool so viel dazu jetzt kommen wir zu einem weiteren giveaway und zwar hatte die 99 damage season begann wo auch unser academy team wo techo mitspielt gestartet und da verlose ich mit zusammen mit der orga also rising wolfs gaming drei skins die m4 für static aber die m2 operation phoenix keys und eine glock 18 neue legion fn was müsst ihr dazu machen es gibt jetzt hier ein clean gewinnspiel da gibt es ganz viele verschiedene möglichkeiten daran teilzunehmen auch tägliche möglichkeiten also nehmt daran teil holt euch so viele entries wie möglich 63 tage sind noch über eine ganze menge zeit ihr könnt euch viele entries holen gerade wenn ihr freunde werbt das gibt es sogar zwei und dann habt ihr noch mal die chance täglich bonus entries zu holen also nehmt daran teil ich werde das unten verlinken viel erfolg euch allen und dann werden wir irgendwann im laufe des jahres den gewinn erziehen wenn das mit glimio gut klappt werde ich meine weiteren giveaways auch so machen dann habt ihr wenigstens immer einen festen zeitraum und ich habe einen festen zeitraum bis wann ich es auflösen müssen vergesst es auch nicht und viel glück euch allen dabei haut rein bis zum nächsten mal ciao